Das sind die beiden Welpenbrüder Pat und Liam. Die sind momentan auf einer Pflegestelle in Kroatien. Das ist eine eher kleinbleibende Mischung. Was genau drin ist, können wir nicht sagen. Eventuell Mobs oder Pekingese, irgendwas mit einer bisschen kürzeren Schnauze. Die sind sehr aufgeschlossen. Sie lassen sich jetzt auch nicht so vom Geschirr irritieren. Es ist jetzt das erste Mal, dass sie das anhaben. Hier heißt es was zum Essen. Aber natürlich haben sie trotzdem Energie und würden lieber einfach rumsausen. Sie mögen Katzen, andere Hunde, Kinder. Sie haben noch nicht alle Impfungen, aber können trotzdem bald ausreisen. Also Interessenten-Anfragen können gerne jetzt schon eingehen.